Wenn Sie in Ihrem Unternehmen für Nachhaltigkeitsdaten verantwortlich sind, dann nutzen Sie bisher wahrscheinlich die Standardlösung, die Excel-Tabelle. Vielleicht haben Sie sich daran gewöhnt, aber haben Sie sich nicht auch schon häufig gefragt, ob es nicht eine bessere und schnellere Lösung gibt, um die wichtigsten Daten zu sammeln und daraus aussagekräftige Reports zu erstellen? Wir haben die Lösung. Seit mehr als zehn Jahren setzt sich MyClimate mit seinen Partnern für Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein. Unser Team besteht aus erfahrenen Experten in den Bereichen Klimaschutz, Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit. Unsere Software MyClimate Smart 3 ist eine webbasierte Lösung, geschaffen, um Managern, egal in welchem Unternehmen, die Arbeit zu erleichtern. Sie passt sich den Bedürfnissen, Strukturen und Lieferketten kleiner Betriebe bis hin zu internationalen Unternehmen diverser Branchen an, sammelt und konsolidiert automatisch Daten zur Emissionsberechnung und erstellt daraus akkurate Nachhaltigkeitsreportings, auf die von überall aus zugegriffen werden kann. Was MyClimate Smart 3 auszeichnet, sind schnelles Setup, individuelle Lösungen für Ihr Unternehmen sowie ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Lassen Sie sich noch heute von unseren Experten beraten und verlangen Sie eine Live-Demo.